Musik Ich habe mal etwas ausprobiert und ihr seht dieses Video und natürlich auch das Rezept, weil es gut angekommen ist und weil ich es euch deswegen nicht vorenthalten wollte. Und zwar nenne ich es Schokogewürzglühweinschnitten und der Name sagt eigentlich auch schon die wichtigsten Zutaten in dem Rezept. Und zwar braucht ihr Mehl, Mandeln, Haferflocken, gerne kernige, Butter, Honig, Eier, Glühwein, Zartbitterschokolade, Kakao, Lebkuchengewürz. Ihr könnt aber gerne auch weihnachtliche Gewürze selber mörsern, also so wie Kardamom, Piment, Zimt, Anis, Sternanis, Pfeffer. Die passen alle sehr gut. Wenn ihr nicht so experimentierfreudig seid, könnt ihr an dieser Stelle auch nur Zimt verwenden. Dann braucht ihr noch Vanillepulver und wer mag ein bisschen Zeste, eine Orange oder Zitrone, dann noch Backpulver und eine Prise Salz. Das Rezept und die Mengenangaben findet ihr selbstverständlich auf meiner Internetseite www.senfdazu.net. Außerdem findet ihr da auch immer wieder kleine weiterführende Tipps. Da die Zutatenliste etwas länger ist, mache ich die Zubereitung umso einfacher, denn eigentlich muss nur alles in eine Schüssel. Aber damit wir den Teig auch etwas fluffiger bekommen, geben wir die Zutaten natürlich in einer gewissen Reihenfolge hinein. Heizt den Backofen also auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. In eine Schüssel gebt ihr dann den Zucker und die Butter und schlagt beides richtig schön schaumig auf. Dann gebt ihr nach und nach die Eier hinzu und schlagt jedes Ei für mindestens 30 Sekunden unter. Sind die Eier drin, mischt ihr alle trockenen Zutaten zusammen und gebt sie dann abwechselnd mit dem Glühwein in die Schüssel. Der Teig sollte Schokocreme-artig sein. Wenn er zu trocken ist, könnt ihr aber gerne noch einen Schluck Glühwein hinzugeben. Den Teig gebt ihr dann auf ein gefettetes und bemehltes tiefes Backblech und streicht alles gleichmäßig ein. Dann gebt ihr das Blech für ca. 20-25 Minuten auf mittlerer Schiene in den Backofen. Nach der Zeit lasst ihr den Teig abkühlen und dann könnt ihr ihn noch beliebig dekorieren. Entweder ihr macht euch mit Glühwein und Puderzucker einen Zuckerguss oder ihr könnt auch Kuvertüre schmelzen und gegebenenfalls noch mit Gewürzen wie Salz, Chili, Zimt, Vanille oder Pfeffer würzen. Ist die Dekoration nun hart geworden, ist der Kuchen auch fertig, total schokoladig und dezent würzig. Je nach Glühwein und auch je nach Gewürze kann man sich so ganz außergewöhnliche Schnitten kreieren und ich finde es richtig spannend und richtig lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und vielleicht habt ihr auch wieder Lust, mir einen lieben Kommentar zu schreiben. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt und wenn euch dieses Video ganz besonders gut gefallen hat, dann wäre es eine tolle Unterstützung, wenn ihr es teilen würdet. Schaut euch auch gerne noch ein weiteres Video an und wenn ihr findet, dass ich mir mit meinen Videos viel Mühe gebe und es auch irgendwo Spaß macht zuzuschauen, dann abonniert mich doch kostenlos, damit ihr auch seht, wenn neue Videos rauskommen. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne in den anderen sozialen Netzwerken folgen. Dort bekommt ihr dann auch immer alles mit beziehungsweise manchmal sogar auch noch ganz andere Sachen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch ganz schöne weihnachtliche Tage. Euer Pascal von senfterzu.net